www.alarm.de präsentiert Ihnen diesen Kugelschreiber mit Diktiergerät. Das bedeutet, der Kuli kann nicht nur schreiben, sondern auf Knopfdruck auch Audioaufnahmen anfertigen. Nach sechsmaligem Blinken der LED startet eine Audioaufnahme. Das heißt, Sie können Gespräche, Interviews oder andere Geräusche in Ihrer Umgebung aufnehmen. Ein weiterer Knopfdruck beendet die Videoaufnahme. Durch seine Form als Kugelschreiber können Sie den Audio-Rekorder überall platzieren, zum Beispiel auf dem Tisch, in Ihrer Hemdtasche oder in einem Stifthalter.